Karlsruhe Keeper und dann ist die Partie schon vorbei, ja in dieser Sekunde fallen einige Kieler auf dem Boden, sind enttäuscht, sind frustriert und immer mal verlangt, und dann sind sie nur ein Spiel, dann spielt sie erst mal ein Niederlage, ein kleiner Denskopf, aber Karlsruhe irgendwie abgestopft hat vorhin von dem Tor, der tolle Schuss in der 1, gepackt oben in den Winkel, und in der zweiten Zeit viel dran war, dann hat die Klaus noch 2 zu 0 mitgeblendet, sie fassen KFV, KFV, 0 zu 2, in Bremen nur ein Staukibandier auf dem Rand, dann läuft sie da und zwar ganz genau 15 Sekunden, und der Dreh kommt sich an die Uhr,